hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge seven days to die mit mir den karabin und ja ihr könnt ja schon mal rennen ich gehe nach hause nee wir sollen hier oder beziehungsweise ich möchte aber ich bin zu fett ich kombinieren man soll sich darüber nicht freuen doch 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 sollte man und ich tue doch zumachen sicher ist sicher so jetzt können wir aufmachen wo kommt er denn her junge schlüpferwechsel du monstrum der war doch eben der nicht da gewesen wir müssen mal darüber reden komm mal her a loch mir so ein schreck einzujagen der hat sie doch nicht mehr alle ich würde mal sagen wir werden erst das haus klären morgens und ich hatte gesagt ja dass sie auch wieder rennen können was ab und zu mal ein bisschen fatal werden könnte ich hab dich recht mädel habt ihr gesehen der wollte die runterschubsen gut ich hab dich recht mädel aber da hat sich richtig gelohnt alter ich hab jetzt schon inventar probleme da ist ja noch einer komm raus doch nicht okay gut von da sind wir gekommen das heißt wir müssen nach oben moment mal da ich wusste es freundlich so nicht ich helfe nur nach das war so oder so tot so warte mal wir müssen mal kurz hier ein bisschen ne tabula rasa ihr kennt das ja so äh ach scheiß so wäsch damit wäsch damit äh Federn kann ich auch hinterher schmeißen so das mit lassen was schon mit denen mit denen so äh ja mach nach ich weiß das ist einfach aber ich wollte gerade sagen da oben ist ein Paket so 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 na nun hier ist nichts das ist aber merkwürdig das ist aber merkwürdig yay das ist schon besser eigentlich müssten wir das behalten ne wegen verkaufen und so ne warte mal wir gucken uns das mal an 100 okay ich hätte jetzt gedacht dass wir irgendwie mehr davon kreieren das ist oh ja ich nehme lieber aus dem so hier ist aber nichts mehr ne nö wir haben hier noch was ist hier Pfeilspitzen aber ich kann nicht äh mhm 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 wär uns nie aufgefallen das war wieder reiner zufall hat sich gelohnt ist hier noch irgendetwas oben höchstwahrscheinlich ne ja für das nächste mal so der ist tot aber hier ist nichts mehr ne oh alter jetzt reicht das komm mal her ich zeig dir meine Axt die ist gut und geschärft hier schwarzpüffer das ist aber nicht das was wir haben vorhin ich brauche doch breath breath pit äh so ok ich mag die dinge ich mag die dinge ich mag die dinge auch wenn das so langsam ist obwohl man müsste da ich hab ich weiß nicht ich muss das mal probieren äh warte mal kurz geht natürlich nicht warte mal kurz da ist scheiß drauf ich wichste lass ich mal den Schein so tatsache das ist ja geil wir brauchen mehr so ne visiere alter das fetzt dadurch hält er die auch weiter nach hinten ne cool ich glaube nicht aber ich hab grad noch so ne kann man das eventuell das wär geil wir probierend aus wir haben ja Zeit wir müssen ja noch andere tun ne können wir nicht das wär auch schon wär zu schön um wahr zu sein so also falls ihr halt noch nicht versucht haben solltet ihr könntet auch darin packen gut warte mal wie wir mal ein paar nester hier räubern wegen der eier ja 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 wenn wir schon mal hier sind aber trotz wo sie den spawn hoch gesetzt haben ist doch ein bisschen wenig vielleicht kann man das noch irgendwie einstellen höchstwahrscheinlich mal schauen aber es wird glaube ich auch extrem eine performance ziehen ne das ist nichts was Witze machen hey da war ein Ei drin das ist das was ich gebraucht habe das habe ich gebraucht wir könnten jetzt rein theoretisch quasi nochmal ein Abstecher in der Stadt machen im Hotel wo wir schon lange nicht mehr waren aber das muss doch irgendwie ich muss nochmal nachschauen aber wie gesagt meine Meinung du kriegst keinen Breath mehr aus dem Boden ich glaub wie gesagt das wurde ja rausgenommen und du hast wirklich bloß noch die Möglichkeit den Müll zu durchforsten und äh diese Wasserhähne abzubauen ich glaub eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht mehr um hier Breath abzubauen Breath was ein bisschen schlecht ist vor allen Dingen wenn man für Moision braucht beziehungsweise für die Schütztürme denn die funktionieren ja bloß mit dem Zeug na toll na okay na okay dann würdest du 25.000 Millionen Teile hinbauen und alt für mit Moision okay ich verstehe warum sie das nicht gemacht haben nö er ist hier und mit dem extremen Platz den wir im Inventar haben das sind doch alle ja kein Problem ich hab jetzt schon ein Problem so äh warte mal Öl brauchen wir nicht die Tabletten nehmen wir auf jeden Fall mit ja Kohle stink nie ich weiß eigentlich ich weiß eigentlich jetzt steckt nicht aber egal so äh hier ist nüscht häh Natascha Natascha mit nüscht ne so jetzt bin ich gerne mal hier sp... bein haha echt jetzt? ach das funktioniert so ja auch nicht lächst mir am Arsch kriegt der Arsch ab funktioniert aber trotzdem also wenn du Zeit hättest und das so richtig funktionieren würde alles kein Problem das ist cool ich liebe das Ding ich mag das Alter toll oh oh ich komm jetzt schusch die Tür durch pass auf jetzt taucht er von hinten auf echt jetzt morgens und gleich ihn auf den Sack gekriegt als Bestrafung schön schöne Ding Ding Dong Kwek, Kwek, Kwek so das nehmen wir mit äh das mal nicht ich hab die ganzen Fade noch mit Hammer Hallo Johnny Jumper so, was haben wir denn hier ich sollte den Ballermann auspacken und Feuer nachladen das soll ab und zu mal ein bisschen gesünder sein halt mir sagen lassen ob das stimmt keine Ahnung hm Toast Toast Wat für ne Drecksau Der ist völlig entspannt so, warte mal ist hier nicht ein Wauzi oder so äh ne, der war auf den anderen Haus oder in den anderen Haus Wat soll's Uiuiui Hausbesetzer äh Ladehemmung Alter So fällst du automatisch nachladen ne wenn du anvisieren tust ne ok das wussten wir ja it funktioniert dann nämlich nicht so warte mal wir machen dazu dann kann er nämlich ja draußen ausrasten wie er will Wat ist mit denen falsch Junge chill mal rektal aufriss ok der war jetzt nicht gerade rektal ich weiß aber hey das hat gerade dazu gepasst so warte mal die nächste jetzt reicht hey mädel halt für den schritt oder was spinns wohl ich sah ja so warte mal mach mal shit 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 so jetzt haut es hin och ey Leute Mensch ja ich glaube wir sollten ich glaube wir sollten wirklich nach Hause das sollten wir wirklich ach das brauchen wir jetzt eh nicht das ist wertvoller so ich sag mal wir je nach Hause oh was ist denn hier los besetzt ich verstehe so Leute nicht immer mit Gewalt darauf erst mal ein T zu Entspannung ja man sollte echt erst unterwegs gehen wenn Inventar leer ist ja stimmt schon ach Mensch hat der geklappt war mit äh Tiere und Fleisch und so ne zum glück pflanzen wir Grünzeug ein dann kann wir quasi theoretisch in der nächsten folie den garten fertig machen wir könnten wir unten im keller weitermachen das war da auch endlich mal aufeinander kommen und dann bisschen Munition und so und dann ist ja wieder so ungefähr das ist unser Rhythmus ein bisschen rumbauen Horde ein bisschen rumbauen Horde ein bisschen wegfahren Horde ihr habt bloß zwei Möglichkeiten Horde und andere Sachen äh ja das hab ich doch schon mal weg gemacht warum sie sag mal vermehren sich die Lascher hier oder was ihr wart mit mit gewesen ich hab doch die Löcher zu gemacht ich weiß nicht also irgendwas stimmt hier nicht nicht hier irgendwas von hier oben runter oder so ich weiß komisch unsere base sieht ja nicht bis hier hinten hin nee wir könnten zwar jetzt mal schnell Gottmode machen und nachschauen ob das so ist aber nö so reparieren das reparieren geht auch schneller ne okay Hammer ist doch die erste Wahl ist ja Hammer die Tür müssen wir auch mal langsam fertig stellen zum Glück wir haben jetzt mehrere Eingänge wir können uns das aussuchen ist ein Privileg ein Privileg nicht die Waschmaschine ich glaube die alte hat das letzte mal beschädigt gehabt bin ich mir fast sicher ja ja so langsam aber sicher sollten wir dann auch mal anfangen das können wir ja machen wenn wir den Garten soweit haben das war Farbe produzieren das war hier endlich mal ein bisschen Farbe hier bringen ja Leute so solltet erst mal sein wir haben ungefähr einen Plan wir wissen dass nie dazu kommen wird wir werden andere Sachen tun ja Leute macht euch einen schönen Tag euer Karbin bis zum nächsten mal bye bye bis zum